Du willst mal was werden? Dann greif nach den Sternen. Hier findest du ein Team, gutes Klima und für Wärme. Du bist jung und aktiv, also setzt dir ein Ziel. Arbeit verlangt wir, aber du doch viel mehr. Im Visier ist der Stern. Dieses Zeichen steht für Frieden im Herz. Du bist ein Visionär und genießt gern angenehmen Flair. Dann komm doch einfach her, ist gar nicht so schwer. Wir sind die Generation Z. Wir sind zwischen 16 und 20 Jahre alt und bereit für das Berufsleben. In vier Jahren werden wir 10% aller Berufstätigen ausmachen. Wir sind in eine komplett digitale Welt geboren. Informationsflut ist für uns Alltag und wir filtern sie blitzschnell. Wenn uns etwas nach 8 Sekunden nicht überzeugt, sind wir weg. Die Idee mit der Ausbildung war super. Gut, dass ich mich darüber so moderne informieren konnte und dann auch gleich einen Ausbildungsplatz in meiner Nähe gefunden habe. Ich habe mich schon immer auch für die größeren Maschinen interessiert. Gesellen, mit denen du zusammenarbeitest. Kundengespräche über Telefon. Dann wird es gerichtet, dann wird es geschweißt, geflext. Ich heiße Marlin. Ich mache eine Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin für Pkw-Technik. Wie das so aussieht, zeige ich euch jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020